Musik Während der Lux früher in ganz Europa heimisch war, finden sich heute natürliche Luxvorkommen nur noch in den nördlichen und östlichen Teilen des Kontinents. Die intensive Bejagung durch den Menschen führte dazu, dass der Lux in Mitteleuropa vollständig ausgerottet wurde. Die freilebenden Luxe, die wir heute im Nationalpark Bayerischer Wald antreffen können, sind über das Gebiet des Nationalparks Schumava aus Tschechien eingewandert. Die Luxpopulation hier im Nationalpark oder im ganzen Bayerwald, die gibt es ja schon seit den 80er Jahren. Die kommen aus einer Wiederansiedlung von tschechischen Kollegen. Und seitdem haben sich die Luxe zunächst erstmal sehr positiv entwickelt. Die Population ist angestiegen, aber seit den 2000er Jahren stagniert sie auf einem niedrigen Level. Das heißt, sie erhält sich momentan, aber die Population ist mit so 60 bis 80 Tieren relativ klein. Und deshalb ist die Frage, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird. Und welche Ursache könnten Sie sich vorstellen für diese Stagnation? Ja, die Stagnation, über die ist viel diskutiert worden und auch kontrovers diskutiert worden. Wir sehen momentan, dass Krankheiten bei uns in der Population kaum eine Rolle spielen. Das heißt, beispielsweise die Reude ist eine Krankheit, die jetzt in Norddeutschland Luchse tötet. Bei uns kommt die gar nicht vor. Dann sind relativ wenige Tiere durch den Straßenverkehr betroffen. Das ist so maximal ein Luchs pro Jahr im Durchschnitt in der Gesamtpopulation, also in Deutschland, Österreich und in Tschechien. Das heißt, das spielt auch keine Rolle. Aber was wir sehen ist, dass illegale Handlungen eine große Bedeutung haben für die Luxpopulation. Da gibt es sechs nachgewiesene Fälle in Deutschland. Es gibt vier nachgewiesene Fälle in Österreich und über 50 in Tschechien. Das heißt, es sind in den letzten Jahren über 60 Luchse gewildert worden. Luchse sind sehr gut an Wälder angepasst. Das heißt, sie brauchen große zusammenhängende Waldgebiete, um zu überleben. Das ist ihr Hauptlebensraum. Und in diesem Lebensraum finden sie alles, was sie benötigen. Das ist zum einen sind das Beutetiere. Das heißt, Luchse leben vor allem von Rehen und Rothirschen hier im Gebiet, die sie als Pirsch- und Lauerjäger erbeuten. Das heißt, die schleichen sich quasi an ihre Beutetiere heran, müssen sehr nah an die Beutetiere rankommen, so bis auf 20 Meter. Und dann schießen sie aus dem Unterholz heraus, schnappen sich das Reh und töten es innerhalb von wenigen Sekunden. Das sind also ganz effektive Jäger, die ähnlich vorgehen, wie das auch Leoparden, Löwen oder Pumas machen. Und gibt es nun auch Dinge, auf die sich der Luchs positiv auswirkt, wie zum Beispiel unsere Waldbestände oder andere Tiere? Gut, der Luchs ist natürlich eine faszinierende Tierart als Katze, die heimlich in unseren Wäldern lebt. Und deshalb freuen sich auch viele, dass es die Luchse überhaupt gibt. Das ist natürlich toll, dass die bei uns im Bayerischen Wald überleben können. Das zeigt natürlich auch jetzt der Luchs als Indikatorart für große zusammenhängende Waldlebensräume, dass unsere Natur hier noch intakt ist. Und da spielt der Luchs natürlich eine Rolle. Der Luchs ist aber auch eine Schlüsselart im Ökosystem. Das heißt, dadurch, dass Luchse Rehe und Hirsche fressen, gibt es einfach mal weniger Rehe und Hirsche. Und das hat zur Folge, dass auch zumindest regional der Phobys im Wald beeinflusst werden kann. Wir haben zwar keine wissenschaftlichen Fakten hier in der Region, aber es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass Raubtiere insgesamt dazu führen, dass die Beutetierbestände, also die überhöhten Wildtierbestände, die ja auch hier seit Langem diskutiert werden, dass die gesenkt werden. Und dass dadurch gegebenenfalls sich auch der Wald besser vermehrt. Und eine andere Schiene, über die die Luchse wirken, das sind die sogenannten Mesobredatoren. Das sind kleine Raubtiere wie der Fuchs. Luchse fressen nämlich Füchse. Und das führt dazu, dass die Fuchspopulation reduziert wird, dass sie sinkt. Und das hat zur Folge, dass die Tiere, die Füchse fressen, beispielsweise Auerhühner, Haselhühner und anderes Niederwild, dass die sich besser erholen können und wieder höhere Populationsdichten erreichen. Das heißt, der Luchs hat verschiedene Möglichkeiten, auf das Ökosystem einzuwirken. Der Luchs hat stets eine positive Auswirkung auf unsere Waldbestände und unsere Natur. Aufgrund seiner Vorgeschichte, seiner Entwicklung und seines außergewöhnlichen Aussehens ist der Luchs eines der wundervollsten und interessantesten Tiere für uns im Bayerischen Wald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017